Plan for the Planet ist eine vielseitige Organisation mit einer Vielzahl von Aktivitäten. Da gibt es die Wiederherstellungsflächen in Mexiko, die Entitäten in Ghana und Spanien. In Deutschland gibt es große Units für Empowerment, Unternehmenspartnerschaften und Kommunikation. Und es gibt natürlich noch die gute Schokolade. Hinzu kommen noch das App-Team in Indien und der Forschungspark in Mexiko. Und schließlich gibt es über 250 Wiederherstellungsorganisationen und etwa 100.000 Botschafter und BotschafterInnen für Klimagerechtigkeit weltweit. Aber wie sind all diese Teile miteinander verwoben? Das Zentrum, das Herz, das Gehirn, von all dem ist unsere Internetplattform www.pp.eco. Auf dieser Plattform laufen alle Fäden zusammen. Hier kann man für die über 250 Wiederherstellungsprojekte spenden. Die Plattform ist auch ein Netzwerk für die einzelnen Organisationen untereinander. Und jedes Projekt kann durch Plan for the Planet Renaturierungsberatung in Anspruch nehmen. Kostenlos. Auf pp.eco lässt sich auch die Tremapper-App von Plan for the Planet in Aktion sehen. Man kann sehen, wo, wie viele und welche Baumarten gepflanzt wurden. Und zwar täglich aktualisiert. Die Renaturierungsorganisationen laden ihre Daten aus dem Feld hoch, zum Beispiel in Mexiko. Zusätzlich lässt sich die Entwicklung der gepflanzten Bäume im Laufe der Jahre erleben. Durch Satellitendaten. Wir nennen das Zeitreise. Und natürlich findet man auf der Plattform detaillierte Informationen zu den jeweiligen Organisationen. Und noch etwas. Jedes Projekt, jede Wiederherstellungsorganisation muss die Plan for the Planet Standards erfüllen. Wie die Nutzung der Tremapper-App. Und diese Standards werden regelmäßig durch sogenannte Reviews kontrolliert. Das ist unerlässlich für die Transparenz gegenüber unseren SpenderInnen, Spendern und Partnern. Hallo, mein Name ist Amanda. Ich bin von Plan for the Planet. Und ich besitze einige Projekte in Südäfrika, um alle ihre tollen Arbeit zu checken. Unter dem gemeinsamen Dach von Plan for the Planet können die Projekte Know-how austauschen und Spenden generieren. Der Weg von Plan for the Planet zur Bewältigung der Klimakrise führt über die Wiederherstellung und den Schutz von Wäldern. Aber auch über die digitale Vernetzung mit der Plattform www.pp.eco.